Grill & Chill Nach Einsetzen von vier handelsüblichen Batterien setzen Sie die Schüssel in das Grillgehäuse ein. Nun legen Sie den Teller für die Brennpaste in die Schüssel und verteilen kreisförmig Bio-Anbrenngel auf ihn. Das Gel wird mit einem Stabfeuerzeug entzündet. Nachdem das Gläser eingeschaltet wurde, setzen Sie den gefüllten Holzkohlebehälter, sagt Neckel, auf den Teller mit der Brennpaste. Nun wird der Grillrost aufgesetzt und mit zwei Klammern ganz einfach gesichert. Innerhalb kurzer Zeit beginnt die Holzkohle zu blühen und schon nach ca. vier Minuten ist der Grill einsatzbereit. Die Temperatur lässt sich ganz einfach über den Regler einstellen und mit nur 150 Gramm Holzkohle erleben Sie nun rund eine Stunde Grillspaß. Musik Bis zum nächsten Mal.